. . Hallo aus der Polenwelt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein ganz herzliches Hallo an unser Publikum. Schick ist es hier, Thomas. Ich hab mich richtig verliebt in die Polenwelt. Ja, und traditionsbeladen. Hier kann man stundenlang durchlaufen. Große Namen, tolle Trikots, Accessoires. Die ganzen Trophäen. Das werden wir alles nachher noch beobachten. Max Eberl ist praktisch der Hausherr hier. Zitat des Spieltags, aber vielleicht von Roman Bürki über seinen neuen Kollegen Erling Haaland, der hat gesagt, jetzt lässt er schon nach, jetzt schießt er nur noch zwei Tore anstatt drei, wie bei seinem ersten Einsatz. Spaß beiseite. Wunderknabe? Ein neuer Wunderknabe der Bundesliga? Es sieht ganz danach aus, wenn er nur ein paar Minuten spielt und dann immer schon so extrem für Furore sorgt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass er, wenn er von Anfang an spielt, die Bundesliga kaputt schießt. Ich bin einer, der jetzt nicht immer von Spieltag zu Spieltag wackelt. Also für mich war RB aufgrund der Hinrunde, aufgrund der Leistung, aufgrund der Qualitäten, die sie haben, sie habe sich auch noch mal verstärkt, für mich schon ein sehr, sehr heißer Favorit. Aber ich habe auch immer gesagt, wenn Bayern oder Dortmund mal so einen Lauf bekommen, dann sind sie schwer zu halten. Also bei mir bleibt es momentan so, obwohl es vielleicht nicht so aussieht, dass Leipzig der Favorit ist. Sie haben ja alle Talente auf dem Schirm, die bei den großen Klubs spielen, aber auch bei den Unbekannten. Was ist er für ein Mann und kann er auf der rechten Seite diese vermeintliche Schwachstelle der Bayern beseitigen? Ich finde den Transfer nicht unschlau, weil sie einen Spieler gebraucht haben, der sie besser macht. Und ein Spieler, der bei Real Madrid ist, egal ob er jetzt Stammspieler ist oder eben Kader ist, ist ein guter Spieler, sieht man bei Hakimi ja auch gerade. Da ist Marco Rose nach einem brutalen Foul an Max Eber vom Platz geflogen. Gab es da eigentlich noch was, was man irgendwie ausräumen musste nach so vielen Jahren? Und ist diese Emotionalität Teil auch seiner Stärke? Also das Video möchte ich auf jeden Fall haben, weil das habe ich noch nicht gesehen und ich wusste gar nicht, dass wir gegeneinander gespielt haben. Nein. Gut, dass wir von Nitro da sind und die Kassette liegt schon. Max wurde doch nie gefoult. Ja, genau. Und die VHS-Kassette von damals liegt schon am Freiburg. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von mir. Ich wirke gerade ein bisschen weich. Ich bin sehr, sehr weich gefallen. Hannover hatte die Taktik, auch das Schwungrad Max Eber lahm zu legen. Haben Sie nicht geschafft. Sie haben sich selber dezimiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber tatsächlich, das wird morgen Gesprächsthema in der Kabine sein. Das werde ich schon nochmal ansprechen, die Thematik. Lass uns nochmal kurz zurückkommen auf Erling Haaland. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Als Sie vom Transfer gehört haben, was war so Ihr erster Gedanke? Mensch. Darf man das sagen? Ja. Scheiße. Ja, meine Konkurrenz. Ja, weil sie einfach, das ist ein Puzzleteil, was ihnen gefehlt hat. Und der Junge ist natürlich hinreichend bekannt. Marco Rose hat von ihm sehr, sehr geschwärmt. Und ein Konkurrent in der Bundesliga hat natürlich wirklich einen großartigen Transfer getätigt. Hennes Weisweiler hat gesagt, das ist der Anfang vom Ende. Was würde Max Eberl sagen, wenn ein Spieler mit der Idee einer Kneipe oder einer Diskothek käme? Naja, also für mich wäre das heute unvorstellbar. Und wenn irgendein Spieler käme und sagte, hör zu, ich möchte eine Kneipe oder eine Diskothek aufmachen, würde ich sagen, das geht nicht, auf keinen Fall. Die Zeit ist einfach anders geworden. Aber ich glaube, dass damals vielleicht diese Kneipe auch dazu beigetragen hat, diese elf Freunde müsste sein, diese Zusammengehörigkeit zusammenzuschweißen. Und das ist bestimmt eine Basis, warum der Klub so erfolgreich war in den 70ern. Wie ist die Vision von Max Eberl? Soll es irgendwann eine Sonderausstellung geben, Pokalsieg zum Beispiel? Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es irgendwann eine Sonderausstellung gäbe und wir irgendeinen Pokal präsentieren könnten. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Und wie gesagt, das ist ja mein großer Traum, was Blechernes in den Hand zu halten.